Die Menschen redeten viel über Freiheit, aber sie waren nicht frei. Die einen haben befohlen, die anderen mussten gehorchen und ein paar haben rebelliert. Wir könnten sie fordern, um sie zu demütigen. Wir können sie schlagen, um ihre Widerstandskraft zu brechen. Aber wir können nicht dieses Gift aus ihrem Kopf heraus prügeln. Wir kontrollieren die Materie, weil wir den Geist kontrollieren. Nur der Gedanke ist uns wichtig. Das Gift in ihrem Kopf. Glaube, was ich glaube und was du nicht glauben kannst. Oder du sollst des Todes sein. Was also bleibt Wahres übrig? Vielleicht nur dies eine, dass es nichts Gewisses gibt. Ich hoffe, dass es in diesem Lande noch einige Nachdenkliche gibt. Wir sehen kein Verbrechen darin, wenn wir ein Stacheldraht zum Beispiel zerschneiden. Der Protest ist eine wichtige Aufgabe. Ich wollte die Wahrheit lösen. Ich bin erschüttert für das, was ich hier gehört habe. In mir ist alles verbrochen. Aufklärung, systematische Aufklärung. Ich möchte alle jene bloß stellen, die versuchen, uns wie Sklaven zu behandeln. Lügen scheint zum Handwerk, nicht nur des Demagogen, sondern auch des Politikers und sogar des Staatsmanns zu gehören. Die Gegenden fühlen uns also vor, wie leicht man die Menschen betrunken kann. Ja, wie sie sich sogar selbst betrunken. Obwohl die Besten unter Ihnen ganz sicher die besten Absichten haben, liegt es in der Natur der Dinge, dass sie uns demütigen müssen, um uns zu kontrollieren. Das heißt, wir wollen auch die Macht neu definieren. Wer aber gehorcht, der hört sich selber nicht. Selbst wenn man nur noch allein dasteht. Wahrheit bleibt Wahrheit.